James Cochran Stephenson Ranzimann C.H. war ein britischer Historiker, der für seine Arbeiten zum Mittelalter berühmt ist. Seine Eltern waren beide für die Liberal Party im Parlament, sein Großvater väterlicherseits, Walter Ranzimann. Baron Ranzimann war ein Großräder. Seine Erziehung erhielt er in Eton, gleichzeitig mit George Orwell, der ein enger Freund wurde. 1921 begann er am Trinity College sein Geschichtsstudium. Seine Arbeiten über das Byzantinische Reich machten ihn 1927 zum Fellow des Trinity College. Er erbte von seinem Großvater ein erhebliches Vermögen, woraufhin er 1938 als Fellow zurücktrat. Von 1942 bis 1945 war er Professor für byzantinische Kunst und Geschichte an der Universität Istanbul, wo er mit seinen Forschungen zu den Kreuzzügen begann. Das Ergebnis A History of the Crusades ist sein bekanntestes Werk. Es erschien in drei Bänden 1951, 1952 und 1954. Ranzimann war ein Gelehrter nach altem Standard, der an der Verwendung neuerer methodischer Ansätze nicht interessiert war. In seinem Privatleben war er als Exzentriker bekannt, als Ästhet-Anekdoten-Erzähler, Anhänger des Okkultismus und Freund von Aristokraten und Politikern in vielen Ländern. Ihm zu Ehren ist der Ranzimann Award benannt. Schriften The Emperor Romanus Lezapenius Entes Reyn A Study of 10th Century Byzantium University Press Cambridge 1929 A History of the First Bulgarian Appier Bell, London 1930 A History of the Crusades Drei Teile University Press Cambridge 1951 bis 1954 Geschichte der Kreuzzüge Drei Bände Beck, München 1957 bis 1960 The Medieval Manichee A Study of the Christian Dualist Heresy University Press Cambridge 1955 Heresy und Christentum Der mittelalterliche Manicheeismus Fink, München 1988 ISBN 3-7705-2498-5 Byzantine Civilization Meridian Books New York 1956 Byzans Von der Gründung bis zum Fall Konstantinopels Kindler, München 1969 The Sicilian Vespas A History of the Mediterranean World in the Later 13th Century University Press Cambridge 1958 Die Sizilianische Vespa Eine Geschichte der Mittelmeerwelt im Ausgang des 13. Jahrhunderts Beck, München 1959 The Fall of Konstantinopel 1453 University Press Cambridge 1965 Die Eroberung von Konstantinopel 1453 Beck, München 1966 The Great Church in Captivity A Study of the Patriarchate of Konstantinopel From the E.V.E. of the Turkish Conquest to a Greek War of Independence University Press Cambridge 1968 ISBN 0-521-071887 Das Patriarchat von Konstantinopel vom Vorabend der türkischen Eroberung bis zum griechischen Unabhängigkeitskrieg Beck, München 1970 ISBN 3-406-0333-2-6 Die Eroberung